hallo und die heutige folge heißt ja mal so und ja mal verrat uns doch bitte mal die koordinaten wo du bist also ich bin vom haus aus gesehen direkt in osten auf dem blog genau die koordinaten sollten sagen ach so zwei 100 und 259 warte mal warte mal warte mal options das steht rechts unter deiner mini map wenn ich mir nicht alles täuscht was die koordinaten ja 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 aber ich wäre zu deinen koordinaten ich habe die map gerade offen die boi also wie heißt das ding 232 232 kannst du schnell in chat reinschreiben so 232 und dann und dann 232 100 2 6 0 ich habe irgendwie ein bisschen paketverlust aber es müsste man auch noch aushalten können wollen wir können so ungefähr auf dieser ecke müsste zu finden sein oder wobei haben wir haben wir ja mal so hat irgendeiner von euch knochenmühle nein ok 232 war das moment 232 und 2 6 0 100 2 6 0 ich lege doch jeder wartet auf mythos ja dann warte doch mal jetzt mach dich jetzt bevor ich hier sterbe dann darfst du mich sonst wo suchen ok warte 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 wo ist da müssen wir hin da so hier so kommt komm 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 ach ich auch mit ja klar ok in die richtung ja skelette ich brauche knochenmehl ja dann holen wir uns das hier ich glaubte einfach mal hinterher weil ich ja mal jetzt überhaupt nicht zugehört habe da wie hast du feuerzeug dabei wie weit nein wie weit seid ihr denn weg wir müssen gerade schauen dass wir selber nicht sterben ist mir herzlich egal ja uns aber nicht irgendwie habe ich mir sowas gedacht klar gottem power ok da war finde ich das schön dass man hier mit voll vollem magen extrem schnell durchgehalten wird ok los 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 darf ich die richtung die richtung so ja ja ich bin nur schon da moment so was jetzt ja mal allzu weit bist du nicht mehr entfernt von uns warum hier schwimmen wir erstmal durchs wasser ich weiß nicht ob ich bereit bin für so eine kontaktaufnahme jetzt komme ich nicht aus dem wasser was ist das denn bist doch aus dem wasser ok ja wir sind gleich bei dir wir sind gleich bei dir zumindest bei den koordinaten von wo kommt ihr denn äh von links genau von links so dann bin ich jetzt schon mal nicht mehr bei den koordinaten sondern so dass ich euch auf den kopf spucken könnte juhu das heißt du bist oben irgendwo auf den bäumen ha ich sehe euch creeper ich sehe euch guck mal nach oben da ist ein baum ja hallo baum na guck mal wenn du ein fein schießt nach oben da ist der himmel hallo himmel so ich geh jetzt auch auf den baum wo ist der hammer guck mal hinter dir hinter dir noch ein stück ja jetzt da oben gucken noch ein kleines stück weiter nach links noch ein stück da oben irgendwo ach der shader der stört mich ja und außerdem frisst irgendwie fps da ist er da ist er leute da 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 ja machen wir den hier sehr schön das muss ich mir auch wieder auf v stellen du das kommt drauf an da auf c auf c ah ok ok ne das muss ich wieder auf v stellen das passt nicht da oben ja genau da 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 ist er da da hallo jammer ich hab den echt da oben nicht gesehen so hat darf ich schon die neue mod haben wir ja welche ja natürlich sonst wäre er ja nicht hier drauf ja ist doch ja ähm genau hat das server schon die neue mod ja so fing das ja alles gar nicht na doch und wenn du zu viel hast kannst du ja drauf du hast es doch selber installiert du horst ich hab gesagt dass ich das gemacht also wir haben wir haben expandable backpacks war das ne ja die habt ihr ja gewählt das war ja die mit den meisten votings und es gibt jetzt eine neue liste ihr habt ihr wieder vorschläge gemacht reicht nicht deshalb haben wir da eine neue liste mit wieder mit fünf mods das letzte mal waren es sechs ne aber wir wollen das diesmal halten mit fünf mods ähm wir gucken wir mal was die drei meist gewohntesten äh mods sind die meisten nehmen wir und die beiden anderen die kommen automatisch in die nächste umfrage genau genau so sieht es aus aber leute könnt ihr euch bitte die mühe machen und aus der liste von von curse das war eine mod raussuchen und nicht einfach irgendeine schreiben wie zum beispiel flanz die es gar nicht gibt in curse genau flanz mod gibt es nicht in curse wir würden es euch wir würden euch den gefallen gerne tun und das mit in die auswahl stellen aber leider nicht machbar da sind einige mods geschrieben worden die gar nicht funktionieren aber wie gesagt schaut in die video beschreibung dort findet ihr den link für das nächste voting dort könnt ihr dann voten und ich wurde auch immer wieder gefragt warum mythos warum nicht in youtube das youtube voting ganz einfach man muss angemeldet sein um beim youtube voting teilzunehmen und das finde ich ein bisschen blöd ich möchte jedem die möglichkeit geben daran teilzunehmen auch diejenigen die keinen account auf youtube haben und deshalb benutze ich votify.net und ich finde votify.net ist sowieso eine feine sache ja da kann man sogar gewinnspiele machen ja übrigens nein lass mich doch mal aussprechen nein ich habe ich habe übrigens auch ein gewinnspiel am laufen auf votify.net den link kann ich euch unten auch reintun hat zwar mehr mit meinem zweitkanal zu tun also mit meinem rpg kanal ja lass das was macht denn ihr da oben ja aber das thema hatten wir glaube ich heute schon mal oder ja ach man jetzt laufen wir ewig um jama zu finden und dann kriegt mich das jama lass den quatsch nicht hauen so kann dieser baum jetzt bitte mal verschwinden ich sterbe heute noch aber nicht nicht sonst bin ich tot dann hör auf mich zu hauen mythos lass uns ja erstmal nach hause laufen würde ich sagen ja klasse warum sein Hörer hat erst her gelaufen was machen wir überhaupt nicht ich weiß wir suchen noch eigentlich noch ein dorf ja ja aber wir haben doch mal in unserem privaten dings da auch schon mal drauf und weißt du noch ungefähr wo die waren wo es ist das ist ja cheaten wir laufen einfach mal weiter nach osten ernsthaft noch weiter das muss ja irgendwann welche geben jetzt hatten wir schon zwei folgen und irgendwie merke ich jetzt das sind meine ganzen er warst ja noch in den beiden folgen nicht so weit gekommen wie ich in einer halben irgendwie merke ich meine ganzen informationen von der minimap sind weg nach osten gerannt ja ich hoffe du findest nach hause weil ich nicht ich hab dort ein home point ok äh ja sind deine karten informationen noch da nein die sind alle weg meine schon ich weiß nicht warum es nicht speichert das ist jedes mal weg ich weiß auch nicht warum es bei euch nicht funktioniert aber bei mir ja einfach nach osten juhu osten toll ding wasser und ab und zu natürlich etwas und Hindernisse drum rum äh ja einfach durchgegaben klar lass mich doch darauf menschen wieso komme ich nicht da hoch wo hoch warst du das gerade ernsthaft ok äh vielleicht ist es so das ist äh das ist gerade hier eine sehr lustige Struktur ja wo denn schön für eine lustige Struktur ja ne au oh lieb oh fallen tut weh so hoch ähm jama könntest du bitte auf uns warten ja wär ich dir sehr verbunden weil ich finde dich nämlich gerade nicht ja könnte ich ach ich finde euch beide nicht ja das ist doch gut warte mal ich seh ich seh da irgendeinen Namen es könnte fast meiner sein geht der Name oder rennt der Name weg äh ja ich seh Methos ja hallo äh Daffi ist es es ist nur Daffi komm ins Licht Moment äh komm ins Licht ja ne ist klar geh nicht ins Licht da ist das Ende Mist ich bin schon da oh Methos Methos und die Bienen Stöcke fliegen in der Version tatsächlich Bienen durch den ganzen Wald oh wie schön ja die stechen auch und die stechen einen echt? welchen? ja bist du das sicher? die wissen dass ich sie lieb habe ok äh jama wo bist du denn? äh in Richtung Osten bleib bitte stehen dass wir dich finden aber ich bin gerade im Sumpfbium da finde ich höchstens Hexenhäuser äh Sumpfbium äh ok ach ich seh es auf der Minimap das ist noch ein ganz äh ganzes Stück von uns entfernt äh du siehst ihn? nein ihn nicht aber das Sumpfbium achso das ist aber ganz schön weit gelaufen ne? der ist ganz schön fix so unterwegs der kleine jama äh ich frag mich was ihr denn so lange braucht wenn ich in einer halben Folge so weit komme wie ihren drei äh ich komm gerade hier zum Sumpfbium wo bist du? äh aus dem Sumpfbium raus nicht im Ernst bleib doch bitte da wo du bist ok jetzt bleib ich wo ich bin ich bin bei so einem großen braunen Pilz großen braunen Pilz? bei so Schafen? bitte doch bleiben da ist ne Schlucht da will ich nicht runterspringen ja bei der Schlucht war ich vorbei ok mhm das hört sich ja schon mal gut an es könnte ein bisschen weh tun wenn man da aufschlägt ok und ich kann nicht mehr ran weil ich gleich verhungere warte mal 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 brauchst du essen Metas? ein bisschen hab ich ne das raucht essen was nicht nicht essen rauchen brauchen rauchen rauchen essen es kommt drauf an dass er zu essen hat hallo hallo was 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 ihr habt ja äh 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 was wo 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 Metas jetzt komm wo seid ihr denn? beim braunen Pilz sag mal was? ach da jetzt komm weil wohin? nein nach Osten das erinnert mich an so ein Pokémon wohin genau ja und ich hab mich inzwischen auch ja das sag das immer wenn die anderen sagen das war ein Schuss in den Ofen ach so das auch den Ofen wo seid ihr jetzt schon wieder? nach Osten rennt doch nicht vor mir weg ich find euch doch nie wieder hier hast du einfach mal mitkommst ja das wird zu schwer langsam wieder schlafen ne? irgendwie häng ich hier überall doch ich ich kann nicht in den Schlafsack nicht? warum nicht? oder? ah jetzt Moment ich komm ich jetzt hier hoch jetzt stell dich an der Wand und schlaf Metas geh pennen ok ich penn danke meine Güte ja guten Morgen so ok ich bin jetzt irgendein Berg hier hochgekraxelt ja ungefähr dort sind wir auch gewesen irgendwann mal irgendwann mal ist klar ja warum kann ich euch auf der Minimap nicht sehen das ist ja voll blöd äh find ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht Metas übrigens warum hast du mich so oft angerufen vorhin als ich nicht reagieren wollte weil ich versucht hab dich für die Aufnahme zu begeistern das ist dir aber nicht gelungen oder? äh irgendwie doch bist ja hier ja weil ich gehört habe wenn ich es nicht mache dann darf ich nicht aus dem Käfig raus so Leute ich weiß nicht wo ihr seid im Morgen ich hab keine Ahnung wenn du oh hier ist ein Schneebium Schneebium? ich bin bei so extremen Bergen schneemäßig da also äh ich schwimm jetzt gerade durch diesen blöden Fluss halt ich bin bei einem Schweinchen und äh ja hier sind auch Schweinchen aber hier ist kein Schneebium da buddelt einer hinter mir ja das bin ich seit wann folgst du mir äh seit wann schaffst du es mir zu folgen? äh die ganze Zeit nur nicht jetzt da ist ein Baum im Weg äh Leute? ja oh das sieht schön aus ey vielleicht finden wir ja so ein Iglu erst hatten wir nur Yama verloren jetzt hab ich alle verloren da hab ich jetzt Yama halbwegs gefunden so halbwegs links da seh ich was das sieht aus wie ein Schneebium so jetzt bin ich aus dem Schneebium nein bleib bitte dort bleib bitte dort ach da vorne ist Yama ich find euch nie wieder ich bin doch völlig verloren hier alleine ach wie das mit so nem Wasserfall unter so nem Felsvorsprung ernsthaft? schön wärs wenn mich das das sehen könnte aber der ist ja leider nicht weit weg Leute wartet doch auf mich wie wärs wenn du einfach mal ein bisschen Hähne machst das meinst du? ich kann nicht so auf Bäumen rumhüpfen wie ihr da wirds Zeit aua die blöden Bienen hauen mich okay da war doch irgendwo ein Schneebium du darfst nur nicht reinspringen du Beppe äh war das Schneebium groß oder klein? weil bei mir sieht das jetzt bin ich wieder in einem Schneebium ernsthaft? bist du unter dem Wasserfall durch? ja ich lauf jetzt grad auf dem Wasserfall zu Leute habt ihr auch unterwegs auch mal danach geguckt ob ihr inzwischen mal an einem Dorf vorbeigekommen seid oder so? achso stimmt das könnte ich ja mal kurz gucken ähm naja äh vielleicht äh nein sind wir noch nicht aber wir sind auch noch nicht so weit gelaufen wie in unserer äh also Privatmap äh sicher? ja also du auf den Fall nicht okay und bevor jetzt einige Zuschauer langsam ausrasten ähm ich hab gesehen dass in ein paar Kommentaren drin stand dass man sich die Seeds auch craften kann äh wie das können wir dann mal probieren wenn wir kein Dorf finden wie die Methos braucht ach die Ressourceteile ja das kann man wenn man davon bestimmte Sachen hat die man nur aus den Dingern kriegt ja genau ja aber irgendwie anfangs Dinge soll man irgendwie craften können mit Wasser, Knochenmehl ja nie also stand zumindest auch in der Modbeschreibung äh das ist jetzt egal besuchen einfach ein Dorf das ist einfacher außerdem sehen die Dörfer schön aus ja und ich finde hier kein Dorf und ich finde euch nicht und ich weiß überhaupt nicht wo ich bin na wir sind im Osten du bist ein Stück weniger im Osten ich bin im Osten ich bin im Osten wir sind irgendwie lauter Berge sag mal deine Koordinaten und Felsen äh 1500 1584 86 und 227 das ist genau richtig nur das wir bei 1700 jetzt 1800 sind ok und warum wartet ihr nicht auf mich? na weil du so lange brauchst oh Leute mach nicht sowas mit mir ich hab ich ess wieder unendlich ach jetzt gehts wieder ich bin hier am Rennen ich hab bald nichts mehr zu essen wenn es so weiter geht ich bin auch am Rennen aber ich hab zu essen und wir sind ein Haufen Schweine ich warte jetzt mal beim See auf dich Mythos oh da hinten ist ein schöner Bein beim See? ja ok wenn du immer Richtung Osten läufst siehst du irgendwann den See den ich mein ich höre dass es nicht der Fluss ist der hier der sich lang schlängelt der fängt ein bisschen dicker an ne das ist ein richtiger See wo bist du? da wo du gerade auch dran vorbeigelaufen bist das ist der Fluss renn mal weiter dann siehst du es auch auf der Minimap ne äh nicht der Fluss sondern der See dieser da ist ein See dran hab ich gar nicht gesehen hab ich gar nicht gesehen da tut ihm weh Mann das ist jetzt der fünfte Baum den ich abholz und kein Apfel bekomme ich bin jetzt bei 1800 hier und ich seh euch immer noch nicht ich bin bei 2022 ja aber bleib doch mal stehen bei 1800 das heißt du bist auch schon wieder an mir vorbei ja schön wieso warte ich dann eigentlich äh ja keine Ahnung das ist eine sehr gute Frage ich warte auch nicht ja doch warte mal bleib mal stehen bitte ich bin jetzt bei 2060 und 300 äh ich geb's auf ich geb's auf bist du am Fluss Meters äh ich steh doch gerade ich bin am irgendeinem äh in der Nähe von irgendeinem ähm jetzt komm einfach her okay ja ich versuch's ja sag mal sag mal wie langsam bist du denn warte mal da 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 würde ich nur wieder runterfallen ähm versuch's doch mal so kommst du sonst lauf ich weiter ich bin doch unterwegs gut da kann ich ja weiter nein ich komm mir gerade bei 2000 an ja dann bist du ja noch 100 Blöcke also etwas mehr als 100 Blöcke von mir weg hoffentlich wenn du dich beeilst holst du mich auch ein nein bleib stehen nicht ein ich will dich nicht einholen ich will dich nicht einholen ich will den Leuten was zeigen was willst du denn zeigen die Welt Bäume die Welt ist zu groß ja wie war's sechsmal größer als die Erde ich muss erstmal essen hier ah ja das schaffst du schon so okay äh da will ich nicht rein man jetzt habe ich auf Methos gewartet und habe beide verloren selber schuld siehste ich warte auch nicht auf Methos und verliere mich deswegen nicht gut egal ich suche jetzt nicht mehr nach Jammer ja wo bin ich denn ich guck jetzt mal ob ich vielleicht irgendwo Methos ich steh schon eine ganze Weile einfach nur rum ne du verämmelst mich nein ich hab ja gesagt ich steh ich bin bei 2175, 70, 80 fast ich bin bei 2155 dann bin ich zu weit da bist du doch Mensch 70, 80 warte mal warte mal warte mal Meters was ist denn die letzte Koordinate die ist bei mir ungefähr 250 ach da seid ihr ich seh Meters da muss ich muss ich in eine andere Richtung da schau dir meine Fresse guck mal da unten keine Ahnung wie aber wir haben es geschafft uns wieder zu finden Wollen wir da runter? ja wir wollen da runter aber das machen wir in der nächsten Folge das machen wir in der nächsten Folge ich setze mich hier trotzdem schon mal einen Wegpunkt ja okay mach du das ich mach das auch ich hoffe das bleibt auch hier bestimmt äh ähm so äh nee nee nicht Nächstes Mal und tschüss. Nächstes Mal. Nächstes Mal.